ok lehrtasse springen strg ist ducken ok also w a s d ok maus ist fadenkreuz ok was für ein kreuz fadenkreuz da wo du hinschießt schau mal du kannst dir jetzt hier noch ein skin aussuchen den du spielen möchtest warte wir suchen mal einen der aussieht wie du ok was mit dem er ist ein klassischer vogel soll man den nehmen oder möchtest du den ich mir irgendeine mit dicken brüsten sie ist gut ja die nehmen wir die süß w a s d w a s d ich bin geradeaus ich gehe jetzt geradeaus rechts geradeaus und jetzt warum warum geht wenn ich die maus bewege das nach oben ist ja normal damit steuerst du die sicht ich hätte nicht gedacht dass es so schlimm ist wahr spring mal mit lehrtaste mit daumen mit daumen nein nein du kannst nicht die maus du kannst nicht einfach die maus loslassen so geht das nicht drück mal ein punkt auf der map ok da springst du hin so wenn lehrtaste drückst springst du raus jetzt bist du raus du musst da hinfliegen du kannst lenken mit der maus und weh drücken und weh unglaublich unglaublich würdest du das besser machen denn fliegen ja schon das fliegen ok guck da unten landet schon gegner siehst du denn da rechts jetzt musst du da hin und versuchen die waffe zu holen ok nicht in den bäumen nicht in den bäumen direkt mal falsch hat mitgenommen da vorne rechts der gegner baum er hier ich habe mich bauen was wir bauen was soll ich bauen alter ok geh hierhin gerne die wand schlag mal dagegen wie ja genau geh an die wand gehen die wand hin ok wenn du glück hast geh da rein guck aber in der waffe ist da links vielleicht hier links da ist links da war ein ding kreton ich will nur eintöten kannst du das als profi mir ich will eintöten also ist das zu viel das wird echt schwierig sag ich dir jetzt schon guck jetzt hast du drei waffen im inventar gut jetzt lauf 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 und such dir einen gegner ne ne hier 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 w a s d w a s d w w ok maus in die andere richtung ok ja jetzt kannst du hier rechts durch warum schießt die wand kaputt einen muss ich töten sonst kann sein dass es Tage dauern alter wirklich geh mal hier hin geh mal da hin und drück mal e jetzt drück e die andere waffe ist besser leg die bessere waffe ruhig ab ich guck so mein kopf kannst du mich da rausbringen ich will einfach den gegner töten bitte wo sind die gegner hast du gesehen habe ich einmal okay pass auf bleib hier oben einfach stehen wenn er jetzt kommt schießt doch wie guck mal da ist er hinter dem baum siehst du da da ist er da ist er hinter dem baum da 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 links links da schießt du was mein fehler was mein fehler was mein fehler was hab ich gesagt ja aber ich hab doch trommelt weggeklappt es war komplett katastrophe aber ich sehe die schuld bei dir weil du bist der profi du musst mir doch erklären können ich stelle dich da oben hin du musst nur noch auf den schießen aber sobald ich die maus bewege geht das ding nach oben alter ja so funktioniert hast du schon mal eine maus in deinem leben ja 2003 wer heutzutage benutzt noch eine maus alter beim laptop brauchst du keine maus da ist ein ding hält alter soll ich dir jetzt noch ein laptop organisieren nein aber das ist scheiße was du hier machst es gibt doch fort und auf playstation aber habe ich nicht okay aber spielst du playstation spiel nur playstation ich spiel nur fifa und da würde ich auch jeden egal ich würde wenn du ein gegner nur verletzt bin glücklich ehrlich aber wo ist meine pistole die musst du sammeln hast du eben gesehen was wir gemacht haben wir waffeln gesucht er fliegt einfach erst mal straight und noch tiltet da sind die meisten gegner wo du gerade hinfliegt ah ja ich will die doch alle auseinander nehmen ja macht Sinn macht Sinn macht Sinn ja wer ist der drachen das ist mein haustier der fliegt wie heißt er günther du kannst mit w geh geradeaus mit w wie heißt der unglaublich alter unglaublich wirklich da links e und da jetzt eine kiste dran geradeaus mit w nein nein was hab ich gemacht du musst die kiste weg gemacht wo die waffe drin war kaputt gemacht da ist ein gegner habe ich pistole soll ich mal runde spielen ja okay es ist okay dass man meine hand hier sieht barisch das stört absolut wirklich jetzt müsste das komplette video neu drin schau pietro so schwer ist nicht guck mal hier ich wollte dich noch was fragen kommst du nächstes jahr zu dsds nächstes jahr zu dsds ich würde dir meine goldene cd geben kann man die verkaufen die ist so viel wert dass du direkt mit ins ausland kommen darfst das heißt direkt in den ausland flieber damit bist du bist du denn bist du überhaupt noch mal bei dsds in der jury ja weiß ich überraschend aber ich meine ich bin bei mir ist der vorteil dass ich extrem hübsch bin ich mein pietro verstehe mich nicht falsch ich mag dich so aber ich will dich auch nicht anliegen mach mal komm töte mal zwei leute wenn du es schaffst was machst du vier liegestütze hoffentlich wird er getötet absolut lächerlich dass der typ mal hinterherlaufen mit der spitzhacke ich habe echt ein visarabel starten muss ich ganz ehrlich leute blamierst dich gerade vor seinen leuten weil du machst nicht mehr als ich leute folgt mir auf instagram er hat verloren jaa er hat verloren pass auf wir machen es jetzt noch mal ok nein nein du hast mich doch eben im stream gesehen nein du kannst nichts ich kann nur ein bisschen was singen ich habe deutsche machen musik zu gehen ja aber also nicht deutsch deutsch ist auch kein problem ich kann englisch singen japanisch alles kannst du englisch singen ich kann alles möchtest du mal für uns was singen bei uns in dem dj track was kostet das wenn man die singen lässt 1-2 millionen ist pass das sollten wir eigentlich haben oder nein spaß wenn du willst dass ich für dich sing dann sing ich umsonst für dich hey hast du schon gefahren oh nein 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 komm oh nein bruder nein 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 komm 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 ich schieß die shotgun in deine walkman und wenn du willst dann sch*** Junge unglaublich unglaublich ich habe einen kill ich habe gerade einen umgebracht jet ski fortnite revie kannst du dein eigenes song text noch inside 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 hey und man ich folge dir auf instagram und check deine stories ab fliege über die karte geht ab wo sind deine skills ab start oder ja ich auch also pietro ich bin ehrlich ich bin dir wirklich dankbar dafür aber lass das bitte ok ok einen habe ich umgebracht pietro was möchtest du mehr da zwei leute habe ich tot pietro guck mal wie kann ich dir jetzt so helfen zwei leute zwei leute ist sehr gut ja was mit den liegen schützen ah ja warte aber man sieht mich doch nicht im bild boah ist das nicht stressig oder komm zwei leute habe ich gekillt pietro starke leistung es ist nicht einfach ich müsste mich wirklich konzentrieren dafür das ist eine unverständliche ich muss mich pietro komm versuch's bitte noch einmal mit kopfhörern jetzt ich möchte jetzt einmal was sehen von dir wirklich den bums pass auf pass auf pietro es ist noch die lobby also du kannst jetzt niemanden bums ach so ich sag dir jetzt überall um dich rum sind gegner du hast keine waffe was machst du eine sammeln ok hier rechts da rechts goldene p90 starke waffe ok wie kann ich jetzt wieder warte nee warte jetzt warte jetzt bin ich spannend aber ich hab die chance sag mir nur wo die gegner sind ich weiß nicht du musst gucken dass der noch nicht tot ist ist ein wunder oder ich bin ja ich schieße mich hören also wenn das video bis jetzt noch tot ist das ist echt nichts zu tun absolut aber es wird ja auch geschnitten das ist interessant weißt du absolut habt ihr so ein Problem zu schneiden ne ne aber ich hab so einen menschen der das macht mit einer schere oder ja ja genau einfach weiter geradeaus die tone holt ich gleich ein du wirst ein bisschen schaden bekommen aber nicht erschrecken ok ball habe ich es geschafft ja bleib davor stehen pietro geh da durch du hast schaden glaube ich hast du gerade geschossen du hast acht schaden gemacht an dem flugzeug ja ich bin ja schaden gemacht wuuuuu ich kann nicht glauben dass der gerade flugzeug fliegt das ist unglaublich nicht runter fliegen pietro hochziehen andere Richtung pietro 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 egal du hast es geschafft alles gut jetzt wird es spannend Digga top 18 ne kannst du mich aus die zone bringen ja ganz schnell ah schieß schieß ja 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 mein skill alter das war dein kill oder ja man dein skill war ein echtes Problem pietro wirklich versuch schnell raus wir haben so ein glück alter wir haben so ein glück pietro ganz ehrlich wir haben so ein glück warum pass auf ich hab jetzt gespielt jetzt spielst du lass uns erster platz werden ok ey neunter platz sind wir schon lass uns erster platz zusammen ich weiß nicht ob ich das schaffe pietro ich hab dir geholfen ist im ersten teil das war echt stark von dir pietro wirklich das war wirklich eine brach das war eine unglaubliche leistung dass ich gegen die typen gerade gewonnen habe ist wunder wirklich ich glaube hier ist gerade einer mit so einer seilbahn gefahren wir haben gerade extremes glück pietro das ist gerade unendlich unfassbar was hier gerade passiert wirklich es ist echt unfassbar also wir sind jetzt noch drei stück wenn wir erster platz werden ich schwöre dir ich zeig ich zeig es mich an ne aber dann werde ich singen ja warte mal naja ey wir haben auch noch die zone bei uns da ist der flugzeug ich weiß nicht was er macht ja ja unglaublich unglaublich ich hab noch 5 hp ich bin so im arsch pietro zweiter platz auch ok oder NEIN geschenkt Freunde ist da irgendwas gutes dabei rede mit mir ich hab 5 hp da unten da unten ist er nein leute das war es von diesem video absolut krank was da gerade passiert ist leute schaut auf jeden fall gerne bei pietro auf instagram vorbei auch gerne auf barisch instagram hey barisch gerne gerne zahlen wir später leute das war es von diesem video wir haben so gut gemacht wir haben so gut gemacht kann man nicht besser machen ich küss eure augen heute rein bis zum nächsten mal tschau tschau bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020